Jungs versus Mädchen Erste Hilfe leisten Wenn die Mädchen Erste Hilfe leisten Oh mein Gott, da liegt jemand bewusstlos! Hallo? Können Sie mich hören? Verdammt, er antwortet nicht! Erstmal den Puls füllen! Oh mein Gott, er hat gar keinen Puls! Ich muss vielleicht mal zur Mundbeordnung machen! Zuerst muss ich jemand anrufen, aber ich hab mein Handy nicht dabei! Verdammt, wo komm ich denn Telefon her? Willst du vielleicht meins haben? Sie leben noch? Sie hatten vorhin keinen Puls! Ich habe auch keinen Puls! Hä? Wie jetzt? Werden die Jungs Erste Hilfe leisten? Oh mein Gott, da liegt jemand bewusstlos! Ich rufe am besten direkt in den Krankenwagen! Oh doch, hier ist die Notrufzentrale! Was gibt's? Ja hi, hier liegt so ein Typ bewusstlos auf dem Boden, der braucht Hilfe! Aha, atmet der noch? Äh, ich weiß nicht genau, ich wollte nicht so da rangehen! Vielleicht ist das ein Zombie! Wasch, ein Zombie! Leute, alle haben schon verroht! Schieße Raketen ab! Bleibt alles nieder! Loslaufen um euer Leben! Hallo? Kommt das ein Krankenwagen? Oh oh, das ist kein Krankenwagen! Das ist kein Krankenwagen!